Hallo Leute! Habt ihr schon alle die neuen Folgen Miraculous Ladybug gesehen? Ich musste mich erst mal von den spektakulären Ereignissen erholen, aber jetzt muss ich drüber reden, also Spoiler-Alarm! So viele Helden! Ihr dachtet, dass es bisher schon viele Miraculous-Besitzer gab? Haha, jetzt sind es noch mal so viele mehr! Guter Macht! Könnt ihr euch überhaupt noch an alle Namen erinnern? Ob Ladybug das kann? Misshaut! Roosterbolt! Moment, ich schreib es auf! Caprican! Nicht so schnell! Minotauros! So ein großes Team zu organisieren ist bestimmt nicht einfach! Ich bin hinterm Springboot! Ich verwandle mich gleich zurück! Immer schauen, dass alle Quamis etwas zu essen bekommen, Miraculous verteilen, Miraculous einsammeln, sogar Fußball-Taktiken müssen ausgeheckt werden!